Hallo meine lieben Freunde, ich habe wieder ein dickes, fettes Überraschungspaket bekommen von der Firma Ninja. Und zwar den allerneuesten Foodimax. Und zwar handelt es hierbei um den OL750EU. Es gibt dann aber noch den OL550 und OL650EU. So, ich habe das hoffentlich jetzt richtig ausgesprochen. Die unterscheiden sich dann ein bisschen in der Größe und in der Funktion. Wir schauen uns jetzt mal hier den 750 OL an. Das ist die Größe von den dreien. Da fällt uns als erstes hier das neue Thermostat auf, was es zuvor jetzt bei den Foodies noch nicht gab. Dann haben wir ganz neu das Display, dieses sehr sehr große und großzügige und diesen Smartlet Schieber. Das ist das absolute Highlight auf jeden Fall an diesem Topf, wie ich finde. Ja, dann haben wir hier nochmal eine kleine Übersicht mit diesem Schnellkochtopf-Funktion. Und jetzt in der Kombi mit dem einen Deckel nur noch, wo wir dann auch zusätzlich noch die heiße Luft da drin umwirbeln können. Und das mit der Dampfgar-Funktion ist, würde ich jetzt mal behaupten, so ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, was man sonst bei den ganzen anderen Geräten so noch nicht finden konnte. Ja, jetzt gucken wir uns als erstes mal dieses sehr sehr umfangreiche Handbuch an, was in zig Sprachen geliefert wird. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Natürlich auch Deutsch, ganz klar. Da haben wir zum einen natürlich das Inhaltsverzeichnis. Total spannend auf jeden Fall. Gucken Sie sich meist wahrscheinlich gar nicht an. Aber ich wollte trotzdem heute mal so ein bisschen ins Detail gehen und mal so ein bisschen das Ganze mehr durchforsten mit euch. Ja, wie man hier sieht, die ganzen Teile aufgeführt. Unter anderem auch ein neues, wie gesagt, Bratthermometer. Dann die ganzen Hinweise, unter anderem jetzt, was mit dem Deckel auf sich hat, sollte man sich auf jeden Fall mal zu Genüge ziehen. Ganz wichtig ist dieser neue Sensor-Port, der im Deckel ist. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen. Den sollte man auf jeden Fall nicht verlieren. Und ja, dann Bratthermometer, wie das zum Einsatz mal kommt. Und ja, ansonsten die ganzen Schnellkoch-Funktionen, die so ein bisschen ähneln zu den folgenden Versionen, aber auch ein Stück weit anders sind. Ja, dann gibt es jetzt noch so eine kleine Art Kochtopf mit dabei, mit dem Deckel, wo man auch drin backen kann. Und was ich auch ganz interessant finde und super finde, das sehen wir gleich auf der nächsten Seite, ist nämlich diese neue Reinigungsfunktion, die es gibt. Ach nee, dann war es nur eine Seite weiter. Das mal, oder zwei Seiten weiter, ich weiß jetzt gar nicht. Dass man dort jetzt mich Wasser reinmachen kann und kann damit den Deckel mich reinigen. Genau, hier sieht man es jetzt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man mich da den ganzen Schmottel so ein bisschen besser aus dem Deckel rauskriegt. Und das finde ich auch schon wirklich super Highlight dazu. So, ja, das war soweit die Gebrauchsanweisung. Dann haben wir als nächstes noch so eine Anleitung mit einer Übersicht, so als schnellen Einstieg. Finde ich auch ganz praktisch für, wenn man so den ersten Einstieg und die Kontaktpunkte mit so einem neuen Gerät hat, dann kann man sich das immer mal irgendwo zur Seite legen und hat da mal so eine kurze und schnelle Übersicht und muss sich da nicht unbedingt das dicke Handbuch zur Hand nehmen. Vor allem ist es auch sehr, sehr schön gestaltet, das Ganze. Und macht es dann so ein bisschen leichter. Da sind dann so Sachen erklärt wie die Mehrzweckform und der Wenderost und die drei verschiedenen Galmöglichkeiten, die man jetzt hat. Mein Schnellkochtopf und die anderen zwei Sachen. Finde ich auf jeden Fall praktisch und kann man auf jeden Fall immer wieder gerne zur Hand nehmen. Dann ist wie gewohnt auch so ein schönes, großes Schnellkochbuch dabei. Das ist diesmal deutlich größer ausgefallen wie bei dem vorigen Foodie. Finde ich auf jeden Fall schöner das Format, weil man das Ganze ein bisschen liebevoll dadurch gestalten konnte jetzt und ein bisschen mehr Bilder drin sind und natürlich das Ganze auch ein bisschen besser für den einen und anderen leserlich ist. Dann haben wir hier so eine schöne Übersichtsseite mit der neuen Smartlit Schieberfunktion, wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Highlight von dem Gerät. Und hier die Multikochfunktion, wo man unter anderem jetzt neu Slowcooking, das Backen und den extra Teig drin gehen lassen kann. Das sind so die neuesten Funktionen zu den vorigen. Ja, wie gesagt, dann gibt es jetzt hier den Smartlit Schieber. Da hat man jetzt das Ganze unterteilt in drei Funktionen. Da zeige ich euch gleich dann nochmal am Gerät, wie das Ganze aussieht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Highlight. Und wie gesagt, hier die ganzen Multikocherfunktionen im Übersicht. Das heißt, Schnellkochen, anbraten und frittieren und so weiter, was man sonst von den vorigen auch schon so kannte. Ja, dann hier die Dampfkommi-Modus, den es jetzt gibt. Das ist auf jeden Fall eine ganz neue Funktion, da man jetzt nur noch mit einem Deckel arbeiten braucht. Und dadurch dann diese Funktionen miteinander kombinieren konnte. Hier zeige ich mir dann nochmal, wie das Ganze dann arbeitet. Und dass man da den Multikrost auch für benutzen kann, damit das Ganze dann noch mehr praktischer wird. Ja, dann hier noch so ein kleiner Protein-Tabelle. Und auch hier das Bratthermometer, wo man jetzt noch besser dann die Garzeiten einstellen kann. Das finde ich super praktisch auf jeden Fall. Und auch immer wieder der Hinweis, bitte diesen kleinen Plug-in nicht verlieren, der im Deckel ist. Denn sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja, und wie gewohnt dann hier so eine Schnellkochtabelle, wo man die ganzen Funktionen nochmal so ein bisschen hat, für die einzelnen Mahlzeiten, die man zubereiten kann und möchte, um da so ein bisschen Hilfestellung zu bringen. Das finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr praktisch. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil, und zwar den kleinen Einteilingrost und den Wenderost, wo man den Einteilingrost zusätzlich oben draufsetzen kann, um einfach dann auf zwei oder drei Taschen das Ganze im Topf zu garen. Sollten der ein oder andere Ninja-Fan auf jeden Fall schon kennen. Dann ist neu dieser Topf, der dabei ist, den man unter anderem zum Backen benutzen kann, mit dem Deckel. Hier finde ich ein bisschen schade, dass er hätte so ein bisschen schicker noch verarbeitet sein können. Aber das ist jetzt wieder Jammern auf höherem Niveau auf jeden Fall. Wird es auf jeden Fall sein Niedliches tun. Hier sind so ein paar Löcher drin, also flüssige Sachen sollte man tunlichst wohl nicht rein tun, oder müsste vielleicht mit einem Backpapier oder Alufoia denn arbeiten. Ja, dann haben wir hier das neue Thermometer, was dabei ist. Das kennt man schon von einem größeren Grill. Da ist auch so eins in der Art drin. Und wie gesagt, das kommt dann in den Deckel. Das Ganze ist so ein bisschen gummiert und passt, wie gesagt, gut in den Deckel. Und kann dann dort ins Fleisch dann reingeschoben werden. Ja, man hat im Prinzip den ganzen Deckel neu erfunden von dem Foodie. Zwar gibt es jetzt hier noch, wie man sieht, das Ventil. Aber durch diesen Smart-Lit-Schieber hat sich jetzt auch eine neue Funktion noch dazu ergeben. Und zwar, dass er eigenständig mich den Druck ablassen kann. Das hatte ich so vorher noch gar nicht gelesen gehabt und fand, Alter, wie geil ist das denn? Der kann jetzt selbstständig seinen Druck ablassen. Und man hat jetzt hier, wie man es schon von der Grill kannte, auch so ein Touchscreen eingebaut mit Drehregler, was diese ganzen Bedienungen nochmal deutlich einfacher macht. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe jetzt hier zum einen den Drehregler und der kann jetzt den Dampf selbstständig ablassen. Und man braucht keinen zusätzlichen Deckel mehr. Und der Smart-Lit-Schieber hier oben, das Wort finde ich so ein bisschen lang, hat jetzt auch noch die Zusatzfunktion gekriegt, dass er gleich hier die einzelnen Kochfunktionen in Verbindung anzeigt. Ist es echt mega praktisch und ich will gar nicht wissen, wie viele von euch dann früher oder später sich vielleicht nur deswegen schon den neuen Kochtopf holen werden, weil diese Kombination macht es, finde ich jetzt auf jeden Fall, ein ganzes Stück einfacher nochmal, das Ganze damit zu kochen. Auch mit dem Bratthermometer finde ich mega praktisch. Und diese Funktion ist einfach so cool. Für ein Kochgerät ist das schon echt smart. Auf jeden Fall kann man da glaube ich schon sagen. Auch im Deckel selbst sieht man das neue Konzept, wo hier der Anschluss für das Bratthermometer jetzt ist. Und finde ich auf jeden Fall gut gelöst. Und ist eine sinnvolle Ecke auf jeden Fall. Man sollte definitiv aber diesen kleinen Plug-in nicht verlegen, denn ohne diesen kann man einfach den Schnellkochtopf nicht benutzen. Dann sieht man hier diese Verschlussfunktion, die mit dem Smart-Lit zusammenhängt. Auch der Deckel an sich ist jetzt so ein bisschen aus, ich würde jetzt sagen so einem Aluguss oder ein Gusseisen, ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber ich würde fast sagen so ein Aluguss. Auf jeden Fall neu gestaltet das Ganze. Dann noch zum Gehäuse selbst. Da ist jetzt auch wie bei dem Grill mit so einem Magnet gesichert, so eine kleine Box, wo das Thermometer und übrigens sinnvollerweise auch dieser kleine Plug-in, dieser Plug, drin platziert werden kann, sodass er nicht verloren geht. Was ich aber nach wie vor vermisse, ist einfach, dass das ganze Zubehör dort in den Topf reinpasst. Zwar ist jetzt hier dieser kleine neue Topf, der da gerade so reinpasst, aber mit dem Rost hört es dann wieder auf und den kriegt man leider nicht unter. Da würde ich mich noch freuen, wenn es in Zukunft da auch noch eine Lösung gibt. Und hier noch der Vergleich von dem neuen und dem Vorgängermodell der beiden Foodies. Hier sieht man schon deutlich das neue Konzept und ich finde es auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr mega und freue mich da schon auf die nächsten kleinen Kochexperimente. Wie man hier sieht, habe ich schon einen schönen kleinen Braten gemacht. Ich hoffe, das macht euch schon ein bisschen Hunger und Vorfreude. Vielleicht auf mein nächstes Video. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich weiterhin schön unterstützt, meinen Kanal abonniert, mit einem Daumen da lasst und natürlich auch gerne Fragen, die ich dann gerne, soweit wie es möglich ist, beantworte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bis dann. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020